Hello again, meine Freunde! Vielen Dank dafür, dass ihr euch schildert habt! Keller Neues! 192 oder Punkt, 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 Röntgen. Geil! Einfach geil! Bevor wir ins Video starten, Freunde, habe ich eine kleine Kooperation mit Sky Ticket für euch. Die haben nämlich ein nettes Angebot mir vorgeschlagen, was ich euch näher bringen könnte. Und ich muss sagen, das Angebot ist eine knackige Geschichte. Und zwar habt ihr bis zum 30.09. jetzt die Chance, das Sky Supersport Monatsticket für 29,99€ zu buchen und kriegt aber zusätzlich zu dem Ticket noch FIFA 19 für die PS4 mit. Nein! Doch! Einfach Monatsticket für 29,99€ buchen, gratis hintenrum den PS4-Code für FIFA 19 noch mit absahen und dann bis zum 30.09. spätestens einlösen. Easy, oder? Ich denke, das alleine reicht ja schon, oder? Fußball gucken rund um die Uhr, FIFA zocken, was willst du mehr? Ihr könnt quasi mit dem Angebot bis Ende Oktober Fußball rund um die Uhr ballern, zocken, den Sport genießen. Ja, und kriegt einfach nur so nebenher FIFA mit. Also geht weit auch schlimmer, will ich mal sagen. Ihr habt quasi die erste Bundesliga, die zweite Bundesliga, die Champions League, den DFB-Pokal. So viele Stunden hat der Tag gar nicht so viel, wie du da Fußball gucken kannst. Und wenn ihr richtig flink seid, dann könnt ihr sogar heute noch das Topspiel FC Bayern München gegen den FC Schalke gucken, wo wir nämlich heute mal Punkte holen werden. Hoffe ich zumindest. Im Oktober habt ihr dann noch Schalke, Leipzig, Bayern, Gladbach. Also, das wird ein knackiger Monat. Hundertprozentig. Champions League läuft natürlich auch gerade. Alle Spiele, alle Tore, alle Spiele in der Konferenz. Ja, all das beinhaltet dieses Ticket natürlich auch. Ihr könnt euch im Prinzip ganz einfach registrieren und dann, ja, sofort los streamen im Prinzip. Das Ganze ist hier völlig flexibel. Sprich, monatlich könnt ihr jederzeit kündigen. Somit seid ihr auf der sicheren Seite, Freunde. Und das Gerät ist dann in eurer Wahl, sag ich mal. Smartphone, Tablet, Smart-TV, Spielekonsole. Ihr könnt auch von sämtlichen Streaming-Geräten. Ja, Porzellanfiguren. Keine Porzellanfiguren. Aber alles andere an Streaming-Zeug könnt ihr wählen, nutzen. Ja? Ok. Alles klar. Gleichzeitig habt ihr die Möglichkeit mit Sky-Ticket EU-weit zu streamen. Sprich, egal wo ihr seid. Ja, ich bin gerade auf Malle. Alles klar. Will aber das Spiel gucken. Kein Problem. Das Ganze geht auf jeden Fall nur bis zum 30.09. Ihr müsst flink sein. Heute Abend ist Bayern Schalke. Ja? Da möchtet ihr euch sehen. Bin dabei. Ich nutze das Ganze selbst mit drei Kollegen. Ja, das ist einfach ultra entspannt. Können jederzeit, egal bei wem wir gerade sind, können wir es gucken. Und Abfahrt. Allerdings sind die Fan vom falschen Verein. Einer zumindest. Man kann nicht alles haben, ne? Checkt auf jeden Fall die Videobeschreibung ab. Alle Links, alle Informationen, weitere Informationen sind unten drin. Abchecken, wer es möchte. Und viel, viel Spaß an diejenigen, ja, die das Angebot in Betracht ziehen. Ja? Ich würde sagen, Glück auf. Auf drei Punkte. Später. Gehen wir rein ins Video. Action. Ja, meine Freunde, ihr habt es ja mitverfolgt. Wir kommen heute zur letzten Folge vorerst. Ihr habt es mitbekommen, die letzten Draft-Battles war ich richtig krass unterwegs. Ja? Hab, glaub ich, alles verloren, was nur geht. Deswegen habe ich mir heute mal einen Gegner gesucht, der mir aktuell würdig erscheint. Herzlich willkommen, Schmitty. Herzlich willkommen, Freunde. Bevor es losgeht, muss ich euch gleich sagen, ich sehe nicht so gut. Deswegen muss ich meine Brille aufsetzen. Damit ich nämlich hier die besten Spieler mir rauspicken kann und dich heute zerstören kann. Nee. Auf dort die Scheiße muss ich mir nicht mehr antun. Schmitty ist auf der Durchreise und hält hier für ein Nächtchen. Romo natürlich an der Stelle hier. Und deswegen haben wir mir gedacht, komm. Ja, ich, ich, aktuell kriege ich nichts geschissen in dem Modus. Deswegen, vielleicht klappt es ja heute. Ich muss eine 192 schaffen. Ja, wir haben die Regeln natürlich ein bisschen angepasst. Schmitty spielt, wenn überhaupt, FIFA nur offline. Fußballtechnisch kennt er sich schon aus. Also, er weiß, dass Messi jetzt nach Juventus Turin gewechselt ist, Freunde. Also, äh... Hä? Viel Spaß, wirklich. Schmitty muss eine 185 schaffen. Schaffen wir beide, das nicht, kriegen wir beide. Ich würde mich hier nochmal sehr zum Abschluss über eine Bewertung freuen. Wir haben beim Schmitty natürlich ebenfalls eine Folge aufgenommen. Link ist unten drin in der Videobeschreibung. Ihr wisst, was zu tun ist. Unbedingt abchecken. Heute... Einen dicken... Einen dicken HDMI. Ja? Schnick, schnack, schnuck. Wer muss anfangen? Mach du. Ich möchte erst zum Schluss, dass ich hier komplett fehle und die Leute mich zerreißen. Er ist ein Vorsichtigen. Er ist ein Vorsichtigen. Das ist in Ordnung. Ja, er ist ein Vorsichtigen. Also, Freunde, wenn wir hier heute nicht gewinnen, dann glaube ich an gar nichts mehr. Dann lassen wir das lieber, würde ich mal sagen. Krieg hier auch tolle Formationen. Der Modus liegt mir sowieso. Ich bin der Krasseste in Draft Battles. Ja, dabei ist noch keiner. Ja. Offline. Wir spielen auch sehr oft offline. Ich gehe mit der... Mit der Reuding gehe ich. Ja, gut. Ein Käpt'n ist schon mal da. Arschlecken, Freunde. Wir gehen Premier League. Was denn? Achso, mit der Kabel schon ab. Ja. Mann! Ja! Sehr gut! Das sieht doch gut aus. Ja? Können wir Ende machen hier. Ist natürlich auch so gemacht. Ja, am Anfang kommen erst mal die dicken Spieler her, damit du dich schön... Was ist denn hier los? Was ist hier los? Olum, was ist hier los? Der ist so wichtig. Der ist so wichtig, die Zwellaner hier. Ich weiß, dass der ein Team of the Season eigentlich hätte. Aber wie war das mit der Fahrerkette, Freunde? Also wie gesagt... Du weißt aber ja ungefähr, wo wer in der Liga steht. Ja, ich denke schon. Wenn nicht gucke ich oder wir schalten kurz offline und beraten uns. Weißt du? Dass ich die 184 schaffe. Ich werde dir wahrscheinlich helfen, damit ich hier voll verkack. Weil wenn ich das hier schon wieder sehe... Ich brauche Boa eigentlich, Alter. Ich brauche eigentlich Boa. Ich brauche eigentlich Boa. Ich muss Boa mitnehmen. Tut mir leid. Tut mir leid. Manuel Neuer im Tor, bitte. Oh! Furzkönig. Ah! Da bitte her. Ja, ne 90er haben wir schon mal. Team Chemie ist auf jeden Fall auch gut. Nicht? Ah! Ha! 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 Haluette! Pogba! Ich nehme erst mal mit. Das mache ich am Ende, Freunde. Das macht der Papa am Ende. Läuft doch gerade. Wir müssen ein Rating haben, Freunde. Wir müssen ein Rating haben. Es ist einfach absolut mein Modus. Ibra in der Man United. Das ist natürlich grämig, ne? Juuu! 192. Irgendwie muss das drin sein. Muss das drin sein. Nein. Eieieieiei. Nur noch High-Rated mitnehmen. Nur noch High-Rated mitnehmen. Ja? Ich werde... Uuuu! Ne 99er-Karte. Die nehmen wir doch mal gerne mit. So auf Krampf. Musst du nicht reinmachen. Musst du nicht reinmachen. 191. Mir fehlt nur noch ein Punkt. Ja. Wow. Ah! Jetzt, jetzt, jetzt wird ein Schuh draus. Ich glaube, das sollten wir haben. Ich glaube, das sollten wir haben. Uuuu! Ha? Das kann nicht scheitern. Ich habe nicht mal eine Silberkarte bekommen. Das kann nicht scheitern. Wenn das jetzt scheitert, dann... Nee. Einfach nein. Da ist er! Vielen Dank fürs Einschalten. Ich muss dann los, Freunde. Ich kann es noch. Nicht schön, aber selten. 192. Wir sind drin, Freunde. Kann man auch ruhig mal klatschen. Ja. Viel Spaß. So, damit kommen wir in die zweite Runde. Ich kann mich ganz entspannt zurücklehnen. Ja. Dann schauen wir mal hier. Wie gesagt, Freunde. Ja. Nölt nicht rum. Der Mann gibt sein Bestes. Ja. Du hast Draft im Prinzip zweimal oder was beim Kumpel. Ja. Ich habe das schon mal gemacht. Aber jetzt die dicken Aufstellungen und so. Es kann auch sein, dass wir das cutten müssen. Ja. Dass ich erst mal eine Stunde überlege, ob ich Müller dann doch ins Tor schicke oder nicht. Deswegen schauen wir einfach mal. Und ich würde sagen, wir gehen rein und holen uns die 186 und zeigen dir mal, wie es gemacht wird. Okay. Wäre ja nicht schlecht. Ich würde es dir ja gönnen. So ist es ja nicht. Wir können auch von mir aus im Pack gehen. Mein Plan war eigentlich, dass wir... Du konntest schon drücken. Ja. Mein Plan war eigentlich, dass ich hier einen Easy Win hole. Ja. Du sagst bitte gar nichts. Ich lass mich hier einfach... Okay. 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 Und schauen, was es hier Schönes gibt. Halt doch dein Maul. Halt doch dein Maul. Wie viel Glück kann man bitte haben? Entweder kriege ich jetzt gleich Hate, aber ich nehme jetzt den so gut hin. Ich habe gehofft, dass du Ronaldo nimmst. Ich war mir wirklich unsicher. Ja, gerade bei dem Starting. So hast du safe schon vier Links jetzt. Schau doch mal. Schau doch mal. So, jetzt kommen noch die anderen Kollegen dazu und dann haben wir das Ding eigentlich schon. Süßen Kumpel und dann haben wir es hier eigentlich schon... Gut. Da kenne ich jetzt persönlich gar keinen. Da könnt ihr jetzt in die Kommentare schreiben. Gar keinen? Sala sagt mir noch was. Ja, gut. Siehst du, da hat er sich wieder gerettet. Ich sage ja, ein bisschen was kennt er doch. Ja? Dann hängen die jetzt der Belge, Flamelow, Sala. Ja, kein Problem. Da komme ich auch mit klar. Den Ehrenmann. So, linke Mitte. Wo kommt der nächste Bruder? Ich hoffe, ich verwuse mich hier nicht komplett. Aber das sieht, denke ich mal, gar nicht so schlecht aus. Ich glaube, Costa wäre die bessere Wahl gewesen. Okay. Wir gehen weiter rein und schauen, was wir hier bekommen. Oh! Die Icon. Die Icon. Warum kriegst du die Icon? Silver wäre eindeutig die bessere Wahl gewesen. Aber bei Manchester City und in England. Ja. Okay. Aber wir müssen dich ja noch ein bisschen locken. So, weißt du? Deswegen kommt jetzt... Ja, richtig gut. Auf Viereck drücken, um eine Vorschau zu machen. Dann stellt er den Spieler da hin. Drück mal auf Viereck. So, dann stellt er den da hin. Dann siehst du, ob der einen Link bringt oder nicht. Den Tipp gebe ich dir. Ich lasse den natürlich hier nicht ins Komplett. Jetzt hoffene Messer laufen. Ja gut, aber die sehen alle so aus, als ob die mir gar nichts bringen. So. Naldo Schalke. Ähm, der Jube... Der Jube... Fuck! Ja, war der richtig? Safe war der richtig, oder? Au! Ziv, der könnte eigentlich... ...hassen. Ja, da war einer drin, der jetzt einfach 191 Grad. Schade. Aber wir halten es spannend und gucken in den letzten rein und dann muss ich schieben. So, dann nehmen wir einfach Birki mit noch. So, und dann müssen wir mal gucken, was wir hier schieben können. Die... 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 Pack mal Dings rein. Pack mal Sahar oder so. Als Ziv. Na ja, okay. Gut. Somit wären wir eigentlich durch. Der Noob, der keine Ahnung hat, schließt entspannt ab mit einer 187. Und somit sind wir hier... Quitt. Stark. Muss ich sagen. Muss ich sagen. Es dauert natürlich länger, Freunde. Ja, das ist ganz normal. Wie gesagt, da hab ich auch einfach gesagt, aber das ist wirklich... Für dein wirklich allererstes Job, was du selber gemacht hast... Stark. Jeder Einpack. Der Noob hat Vorteile. Oh, bitte. Komm jetzt. Ich will das HDMI-Kabel schön schmettern hören. Vielleicht. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Hoch. 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 81. Der könnte reichen. Der könnte reichen. Der könnte reichen. Ne, ich schlag doch jetzt nicht ein. Da gibt der da noch Lacken. Oder willst du jemanden grüßen noch? Mutti. Mutti. Danke. Und jetzt bitte epische Musik. Ich guck nicht hin, okay? Ich guck nicht hin. Es ist safe, ne 83. Oh mein Gott, der ist nice. Bitte nicht. Bitte komm, ich will es nicht spüren. Bitte nicht. Drei, zwei, eins. Ne! Warum ne 79? Escudero. Ehrenbruder, Ex-Schalker. Besser Mann hier heute. Wie lange nicht gefreut, dich zu sehen. Ah! So, hello again. Dein Mikro ist ein bisschen weiter unten. Kann sein, dass der Ton jetzt ein bisschen leiser ist. Deswegen schreie ich so. Halt mal deinen Arm rein da. Auf die Noob. Auf die Noob. Freunde, gib doch schnell ein Like. Bitte komm doch rein. Aber du hast dich gut geschlagen, muss man sagen. Ja. Aber du wusstest, worauf du dich eingelassen hast. Deswegen. Eins. Zwei. Drei. Fuck! Du hast mir schön den hier lang gezogen, Alter. Du hast den schön lang gezogen. Alter, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht getroffen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht getroffen. Guck mal hier. Sofort rot. Sofort rot, Alter. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nicht getroffen. So, Freunde. Ich hoffe, das sieht man. Es ist sehr hell hier, aber man sieht es schon. Also hier live, das ist schon ordentlicher. Streamen. Komplette Armes. Aber ich habe es soweit hier. Es ist gerade sehr überbelichtet, aber der komplette Armes von oben. Ja, ist echt so. Doch, hier. Guck mal, hier könnt ihr das sehen. Hier. Den sieht man schön eingeschlitzt. Für den nächsten Mal, weiß ich, ein bisschen kürzer halten den Streben. Ja, Freunde. Wenn euch diese letzte Folge hier für FIFA 18 gefallen hat, würde ich mich nochmal sehr über einen Daumen nach oben freuen. Checkt jetzt auf jeden Fall die Revanche ab bei Schmidt hier auf dem Kanal. Link ist unten drin in der Videobeschreibung. Lasst dem jungen Mann ein Abo da und ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sind raus. Überlasst dem Gast das Schlusswort. Vielen Dank für den Schlag. Ich denke mal, ich habe mich gut geschlagen. In diesem Sinne würde ich sagen, guckt rüber, wer dort verloren hat und wer hier heftig kassiert hat. Wenn ich gewinne, Jungs, ich nehme das dreifach und knall den komplett in den Nacken. Bis später. Peace. Und denkt dran, Freunde. Monatsticket 29,99 Euro buchen. Dann bekommt ihr den PS4-Code für FIFA 19 gratis mit dazu. Das Ganze muss bis spätestens, aller, 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 aller spätestens bis zum 30. Neunten eingelöst sein auf eurer PS4 dann. Das Ganze ist monatlich kündbar. Ihr könnt noch bis Ende Oktober schön dezent neben dem FIFA daddeln. Die Bundesliga, die zweite Bundesliga, die DFB-Pokal, die Champions League. Und hast du nicht gesehen. Checkt den Link unten in der Videobeschreibung ab, Freunde. Für die, die das Angebot in Betracht ziehen. Den wünsche ich viel, viel Spaß damit. Allen anderen Glück auf. Wir holen heute drei Punkte. Die weiß ich nicht, aber die holen wir. Das ist wieder.